Willkommen auf dem YouTube-Kanal Supermarkt Prospekte und Angebote Deutschland. Hallo! Seid ihr bereit, die besten Angebote der Woche bei Lidl zu entdecken? Vom 3. bis 8. Juni bietet Lidl eine Vielzahl von hochwertigen und preiswerten Produkten an. Diese Woche erwarten euch frische Lebensmittel, Haushaltsartikel und vieles mehr zu tollen Preisen. Verpasst nicht die Gelegenheit, eure Bedürfnisse zu erfüllen und gleichzeitig zu sparen. Schaut euch unser Video weiter an, um mehr über die großartigen Angebote dieser Woche zu erfahren. Die neuesten Rabatte schnell erfahren, abonnieren Sie unseren Kanal und vergessen Sie nicht, das Video zu mögen. 2. Juni bietet Lidl eine Vielzahl von bieten. Lidl Juni fantastische Rabatte auf Obst und Gemüse. Die frischesten und leckersten Produkte der Saison sind zu günstigen Preisen erhältlich. Gurken, Tomaten, Äpfel, Bananen und viele weitere Produkte sind diese Woche im Angebot. Besucht die Obst- und Gemüseabteilung bei Lidl und genießt die Frische und Ersparnis. Vom 3. bis 8. Juni gibt es bei Lidl tolle Angebote auf Fleischprodukte. Die hochwertigsten und frischesten Fleischsorten sind zu Sonderpreisen erhältlich. Rotes Fleisch, Geflügel und Wurstwaren bieten diese Woche unwiderstehliche Rabatte. Besonders zur Grillsaison gibt es günstige Preise für Würstchen, Sukuk und marinierte Fleischprodukte. Besucht die Fleischabteilung bei Lidl und verpasst nicht diese großartigen Angebote. Bei Lidl gibt es vom 3. bis 8. Juni tolle Angebote auf japanische Produkte. Entdeckt die einzigartigen Geschmäcker der japanischen Küche mit Sushi-Zutaten, Sojasauce, Wasabi, Ramen und vielen weiteren Produkten. Diese Woche sind diese Artikel zu Sonderpreisen erhältlich. Bringt den Geschmack Japans in euer Zuhause und genießt die gesunden und leckeren Produkte. Nutzt diese Rabatte und erlebt die Vielfalt der japanischen Küche. Wir versuchen unseren Kanal und unsere Inhalte für Sie zu verbessern und besser zu machen. Dafür brauchen wir dringend eure Meinung und eure Unterstützung. Sie können uns ihre Meinung mitteilen, indem sie uns im Kommentarbereich erreichen und uns unterstützen, indem sie sich anmelden und Benachrichtigungen aktivieren. Der Sommer steht vor der Tür und bei Lidl gibt es vom 3. bis 8. Juni großartige Rabatte auf Sommerprodukte. Bademode, Shorts, Strandtücher und vieles mehr sind zu günstigen Preisen erhältlich. Auch Spielzeug und Zubehör für Kinder am Strand oder Pool sind im Angebot. Bereitet euch auf den Sommer mit den hochwertigen und preiswerten Produkten von Lidl vor und genießt die sonnigen Tage in vollen Zügen. An diesem Wochenende bietet Lidl die Lidl vom 3. bis 8. Juni fantastische Rabatte. Große Ersparnisse bei Milchprodukten wie Käse, Joghurt und Milch sowie tolle Angebote für vegane Produkte wie pflanzliche Milch, Tofu und vegane Snacks. Außerdem gibt es spezielle Produkte aus den Niederlanden, Österreich, Italien und Kroatien im Angebot. Entdeckt die kulinarischen Köstlichkeiten dieser Länder und nutzt die tollen Preise. Macht euer Wochenendeinkauf bei Lidl und genießt die Vielfalt und Qualität. Wir versuchen unseren Kanal und unsere Inhalte für Sie zu verbessern und besser zu machen. Dafür brauchen wir dringend eure Meinung und eure Unterstützung. Sie können uns ihre Meinung mitteilen, indem sie uns im Kommentarbereich erreichen und uns unterstützen, indem sie sich anmelden und Benachrichtigungen aktivieren. Musik Um über die neuesten Angebote und Katalograbatte informiert zu bleiben, können Sie unseren Kanal abonnieren und Benachrichtigungen aktivieren. Sie können uns unterstützen, indem Sie die Videos, die Ihnen gefallen, mögen und teilen. Außerdem sind Ihre Kommentare und Feedbacks für uns äußerst wichtig. Indem Sie Ihre Ideen und Meinungen mit uns teilen, können Sie uns dabei helfen, bessere Inhalte für Sie zu produzieren. Vielen Dank für Ihre kontinuierliche Unterstützung. Vielen Dank für's Zuschauen.